Ja, geschätzte Medienvertreter, ich darf Sie alle herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz anlässlich der nahenden Landtagssitzung am kommenden Donnerstag willkommen heißen. Wir haben natürlich uns als Freiheitlicher Landtagsklub wieder einige Schwerpunktthemen gegeben, die wir als dringliche Initiativen auch am Donnerstag behandelt haben wollen und diese auch behandeln werden, auch klare Positionen seitens der Regierungsparteien in der Kärnter Landesregierung und im Kärnter Landtag hier von uns eingefordert werden. Und die Klammer über all diesen Themen sind unsere Bürger, um die es im Wesentlichen geht, die auch entsprechend in diesen Phasen der Teuerung unterstützt gehören. Und wir Freiheitliche haben hier seit Monaten bereits unzählige Initiativen auch im Kärnter Landtag eingebracht, die aber leider immer wieder eine Ablehnung seitens SPÖ und ÖVP erfahren haben. Ich hoffe, dass irgendwann einmal auch den Herrschaften der anderen Parteien, insbesondere jene, die in der Landesregierung sind, das Licht aufgeht, dass es in Regierungsverantwortung darum geht, den Bürgern zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen und bestmöglich gemeinsam durch diese Krise zu tauchen. Wir wissen auch als Realisten, es wird nicht alles möglich sein, wenn man von internationalen Rahmenbedingungen abhängig ist, aber es gibt eine Grundverantwortung in der Politik, insbesondere wenn man auch in der Regierung ist. Und diese Verantwortung ist sowohl auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene wahrzunehmen. Das sehen wir nur bisher nicht, denn es wird hier viel mit Nebel, mit Worthülsen gearbeitet, schlussendlich Hilfen kommen aber bei der Bevölkerung nicht an. Gemeinsam mit mir heute bei der Pressekonferenz ist unser Sozialsprecher im Kärntner Landtag und mein Klubobmann-Stellvertreter hier am Freiheitlichen Landtagsklub, Harald Treppenbrein, der schlussendlich dann auch abschließend noch eine sehr wesentliche, dringliche Initiative seitens der Freiheitlichen auch beleuchten wird und Ihnen auch kommunizieren wird, um was es dort geht. Lassen Sie mich aber mit zwei Themen beginnen. Zum einen der bereits letzte Woche angedeutete Dringlichkeitsantrag in Form einer Resolution zur Abschaffung der CO2-Strafsteuer. Wir werden hier dringlich eine Resolution in den Kärntner Landtag einbringen, in der es darum geht, mit allen Parteien im Kärntner Landtag mit einer Stimme in Richtung Wien zu sprechen, dass die Bundesregierung als ÖVP und Grünen endlich diese Strafsteuer abschaffen soll, denn schlussendlich wird sie zur Strafsteuer für alle Bürger in Österreich, zur Strafsteuer für die eigene Wirtschaft, für das Industrieland Österreich. Und da ist sicherlich dazu angetan, zu einer riesen Gefahr für eine negative Spirale der Preisentwicklung zu werden. Denn, geschätzte Damen und Herren, Sie wissen alle, ab 1. Juli soll nicht nur Treibstoff um bis zu 9 Cent pro Liter teurer werden durch diese Steuer, sondern es wird schlussendlich auch Öl und Gas teurer. Die Bundesregierung hat zwar nunmehr angedeutet, das auf Herbst verschieben zu wollen, nur ich frage mich, ob man im Ernst meinen kann, die Bevölkerung so am Schmäh zu halten mit einer Verschiebung in den Herbst. Denn was heißt das, wenn jetzt im Herbst, im Oktober diese CO2-Strafsteuer eingeführt wird? Das heißt, dass dort in der beginnenden Phase der Heizsaison Öl teurer wird, Gas teurer wird und schlussendlich logischerweise auch, wie vorhin erwähnt, der Treibstoff noch einmal verteuert wird und das, wo die Europäische Union im Gleichklang nicht nur ein Öl-Embargo gegen Russland beschließt, sondern wie es die deutsche Außenministerin Baerbock bereits vor über einem Monat angekündigt hat, anscheinend auch schon das Gas-Embargo durch sein soll. Das heißt, in diesem Bereich macht die Bundesregierung alles, um selber der Bevölkerung weiter in die Taschen zu greifen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, anstatt der Bevölkerung einen Schutzmantel zu geben durch vernünftige Politik der Bundesregierung. Denn um das würde es normalerweise gehen zu erkennen, dass dieser Beschluss dieser CO2-Strafsteuer an und für sich schon ein Riesenfehler war. Deswegen halten wir auch nichts vom Aussetzen und zum Verschieben auf Herbst, sondern unserer Meinung nach gehört diese CO2-Strafsteuer im Sinne aller österreichischen Staatsbürger abgeschafft. Dazu gibt es, wie gesagt, eine dringliche Resolution. Denn wir haben hier den Bürgern und der Wirtschaft zur Seite zu stehen und nicht die Krise durch eine Beschlussfassung von ÖVP und Grünen noch zu verstärken. Das ist der erste Punkt, der von uns dringlich gebracht wird. Die zweite dringliche Initiative wird eine Dringlichkeitsanfrage an Landeshauptmann Peter Kaiser sein, hinsichtlich Heckerangriff gegen das Land Kärnten. Wir fordern hier ein, die notwendige Transparenz und die notwendige Aufklärung über den Bürgern. Darüber hinaus aber natürlich auch die Unterstützung für betroffene Bürger, die durch die Fehlleistungen in der Kärntner Landesregierung nunmehr ebenso zum Opfern dieser Heckerattacke geworden sind. Und lassen Sie es mich vielleicht so formulieren, viele Bürger haben in der Tat, in der Gegenwart ganz andere Sorgen als dieses Chaos um die IT-Sicherheit im Land Kärnten. Ich habe es vorhin angesprochen, die Teuerung und vieles andere mehr. Viele wissen nicht mehr, wie sie mit ihren Einkommen praktisch im Monat alles finanzieren sollen, ihre Familie durchs Monat bringen sollen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Bürger, die sehr wohl ein Interesse haben, hier Aufklärung zu erfahren, Unterstützung seitens des Landes zu erfahren und das sind die Betroffenen von diesem Heckerangriff. Denn nicht das Land alleine ist Opfer, wenn man so will, haben Sie auch vieles dazu beigetragen, dass es überhaupt zu dieser Heckerattacke, die erfolgreich war, kommen hat können. Ich erinnere nur daran, dass bereits seit letztem Herbst es ein offenes Geheimnis war, dass die IT-Abteilung des Landes chronisch unterbesetzt ist. Ich habe das sogar einmal im Zuge einer Landtagssitzung hier im Hohenkärntner Landtag angesprochen, ohne Reaktion seitens der Regierungsparteien. Nein, wir haben auch die Problemstellung, dass viele Gesundheitsdaten nunmehr offenkundig, öffentlich einsichtig sind und das für Personen, die das nicht zu interessieren hat. Wieso sage ich das? Werte Medienvertreter, Sie können sich daran erinnern, wir haben in einer der letzten Landtagssitzungen in einer Dringlichen Anfrage an die Gesundheitsreferentin Brettner darauf hingewiesen, beziehungsweise war es ein Debattenthema im Kärntner Landtag, dass es ja über 1000 Kärntnerinnen und Kärntner gegeben hat, die um eine Impfbefreiung hinsichtlich der Covid-Impfung zu bekommen, ihre Gesundheitsdaten, ihre höchstpersönlichen Gesundheitsdaten, so wie es die Frau Brettner wollte und verschlüsselt per E-Mail an die Bezirkshauptmannschaften gesendet haben. Wir haben damals und auch weit davor, denn die Anfrage an die Gesundheitsreferentin ist bereits seit vielen Monaten ergangen gewesen, darauf hingewiesen, dass es fatal ist hinsichtlich einiger gesetzlicher Bestimmungen zum Datenschutz auf der einen Seite, aber auch zum Schutz der Gesundheitsdaten laut internationalen Vorgaben auf der anderen Seite. Die Gesundheitsreferentin hat uns gesagt, das ist alles egal, es braucht keine persönliche Beratung in den Bezirkshauptmannschaften durch die Amtsärzte für die betroffenen Personen, die sollen einfach per E-Mail ihre Daten schicken. Wie gesagt, alles entgegengeltenden Recht. Nunmehr scheinen genau diese Daten der Bezirkshauptmannschaften ebenso mitgeheckt worden zu sein und es stellt sich ja tatsächlich die Frage, wie man damit umgeht, dass diese Gesundheitsdaten, die natürlich höchstpersönlich sind und ein höchst geschütztes Gut sind, nunmehr in weiterer Folge verwendet werden, vielleicht auch zum Nachteil der betroffenen Personen. Auf der anderen Seite müsste aber auch der Gesundheitsreferentin Brettner ein Licht aufgehen, dass der von ihr eingeschlagene und vorgegebene Weg ein falscher ist. Nicht nur ein rechtswidriger, sondern ein falscher ist. Denn jeder Arzt, der Gesundheitsdaten übermitteln will, muss das auf verschlüsseltem Wege machen. Laut Brettner sollen das die Bürger unverschlüsselt machen. Was man davon hat, sieht man jetzt, wenn ein Hackerangriff erfolgreich war. Zum zweiten Betroffene, die dieses Thema Chaos um die IT-Sicherheit des Landes sehr wohl interessiert sind die unzähligen Antragsteller, ob Privatpersonen, Institutionen, Firmen, die natürlich dort auch mit Fristenläufen zu kämpfen haben und wir wissen ja, das ist ja kein Geheimnis, dass das gesamte Computersystem der Landesregierung jetzt ja schon fast zwei, zweieinhalb Wochen außer Betrieb ist, zum Teil runtergefahren ist, da dort gewisse Abläufe nicht bearbeitet werden können. Auch hier verlangen wir Rechtssicherheit für die Kärntnerinnen und Kärntner, für die Unternehmen, die hier betroffen sind, dass es hier keinen Fristenverfall gibt für ihre Anträge und dass das auch alles korrekt abgearbeitet wird. Denn nur weil es einen Fehler im Land Kärnten gibt, kann das nicht heißen, dass die betroffenen Personen dabei auf der Strecke bleiben und vielleicht sogar noch einen finanziellen Schaden davontragen. Ich rede ja noch gar nicht davon, dass auch entsprechende persönliche Daten oder auch wichtige Bankdaten hier auch veröffentlicht worden sind, wo es natürlich auch einen Missbrauch in weiterer Folge zum Lasten der betroffenen Bürger geben kann. Zu guter Letzt habe ich eben noch einen Medienbeitrag mitbekommen, dass auch unsere Schülerinnen und Schüler in Kärnten betroffen sind. Wenn es wahr ist, 34.000 Schüler sind gefährdet, kein Zeugnis zu bekommen. Jetzt könnte man natürlich, wenn es nicht so traurig wäre, mit einem Schmunzeln sagen, einige werden sich freuen. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass das ebenso zeigt, wie falsch das IT-System des Landes Kärnten aufgesetzt war und es bleibt zu hoffen und mit Nachdruck einzufordern, dass hier die korrekte Vorgehensweise für die Zukunft und hoffentlich auch schon in der Gegenwart gewählt wird. Denn ein Gesamtcomputersystem ohne interne Abteilungen, Sicherheitsabteilungen in der IT-Sicherheit stehen zu lassen, um damit mit der Ansteckung eines Computers das Gesamtsystem zu gefährden, das ist nicht Stand der Sicherheitstechnik in Unternehmen oder auch in öffentlichen Gebietskörperschaften. Die Landesregierung hat es so gehalten, die Verantwortung ist klar bei der Landesregierung und hier auch beim zuständigen Referenten Peter Kaiser und hier wird auch entsprechend Rede und Antwort im Kärntner Landtag stehen müssen, dass deswegen, weil es ja auch spannend ist, Sie erinnern sich an die Informationen, die Sie als Medienvertreter seitens des Landes bekommen haben, ja ja, es war der gleiche Hacker, der auch die HTL St. Pölten angegriffen hat. Die HTL St. Pölten hat sich spannenderweise wehren können, das Land Kärnten nicht, das steht schon einmal für sich alleine auf einem Blatt Papier, das nicht geschwärzt ist. Und in diesem Bereich ist es natürlich schon spannend, wie man nunmehr nach zweieinhalb Wochen in einer Pressekonferenz darauf kommt, dass es die Russen waren, ja, die Russen waren es. Jetzt sind es die Russen, jetzt sind es die Russen und man muss sich schon korrekterweise die Frage stellen, nämlich den Personen in der Landesregierung, wenn es die gleichen waren, die die HTL St. Pölten hacken wollten und nicht geschafft haben. Welche Russen wollen denn die HTL St. Pölten hacken? Ja, also ich weiß nicht, ob das nur ein Aufmacher, ein Schlagzeilen produzieren durch den eigenen IT-Spezialisten des Landes Kärnten war. Fakt ist, für diese Scherze, glaube ich, ist die Bevölkerung derzeit nicht aufgelegte Betroffene und hier gilt es endlich aufzuhören, Nebelgranaten zu werfen seitens der Landesregierung, denn wir haben in der gleichen Pressekonferenz am Montag gehört, es war ein gezielter Angriff vom Landeshauptmann. Der IT-Experte, der extra jetzt nach zwei Wochen vergeudeter Zeit geholt wurde, hat gesagt, das war Zufall. Man muss sich das auch durch den Kopf gelassen. Was ist das jetzt? Wie geht man mit Fakten um, wenn es so etwas Heikles wie die IT-Sicherheit in der Landesregierung betrifft, wo sehr, sehr viele heikle Daten auch gehortet werden, beziehungsweise mit denen gearbeitet wird, die schlussendlich jetzt auch öffentlich im Netz zu finden sein werden oder sind. Darüber hinaus hat man uns gesagt, es sind vermutlich gar keine Daten des Landes, das müssen wir erst erheben. Auf der anderen Seite sagt man wieder, es sind die Daten des Landes, aber wir werden trotzdem nicht zahlen. Was stimmt jetzt? Was ist Fakt? Und es ist spannend genug, ich habe mir meine Gedanken schon dazu gemacht, dass man vielleicht sagt, es sind gar nicht die Daten des Landes. Naja, wenn bei den Screenshots auftaucht, die Hypo-Untersuchungsausschuss-Unterlagen, dann ist es einigermaßen spannend, wir kriegen sie geschwärzt hierher. Ich weiß nicht, ob es die Hacker jetzt ungeschwärzt haben, diese ganzen Unterlagen. Auf der anderen Seite steht dort SPÖ-Argumentarium politischer Art. Es ist auch spannend, was da alles gefunden wird. Was haben wir da gefunden? Regierungsprogramm Schwarz-Blau. Kritik an Schwarz-Blau und das in einem Regierungsbüro. Ich weiß nicht, ist mir neu, dass dort die Parteizentrale auch der Parteien ist. Natürlich wird dort auch Politik gemacht, aber dass dort die Daten zur Beschmutzung anderer Parteien auch entsprechend gespeichert werden, ist schon ein starkes Stück. Darüber hinaus ist es natürlich auch schlimm genug und auch das haben wir da entsprechend gesichtet, dass offensichtlich Bankomatkarten vor der und Rückseite, Passdaten anscheinend auch vom Herrn Landeshauptmann und diverse andere Inhalte hier veröffentlicht worden sind. Also für sich genommen ein Sicherheitswaterloo in der Kärntner Landesregierung, verantwortet auch durch jene Personen, die lange zugesehen haben, dass diese IT-Abteilung wie gesagt personell chronisch unterbesetzt war. Und der federführende Chef in diesem Bereich ist nun mal der Landeshauptmann Peter Kaiser und deswegen werden wir ihn jetzt auch entsprechend ganz klar durch eine Dringlichkeitsanfrage am Donnerstag zu diesem Thema befragen. Ich hoffe, dass es dort keine Nebelgranaten mehr gibt, dass dort klare Antworten zu unseren Fragestellungen kommen werden. Wir werden auch darauf achten, die Fragen der zu stellen, dass auch keine weitere Gefahr durch die Beantwortung für das Land Kärnten entsteht, aber jedenfalls Transparenz gegenüber den Bürgern gewahrt wird und auf der anderen Seite endlich einmal die Wahrheit ans Licht kommt. Denn der Landeshauptmann hat eine Dringlichkeitsanfrage wahrheitsgemäß zu beantworten und da hilft es nichts, wenn ein Pressesprecher oder andere Sprecher der Landesregierung irgendwelche Pressekonferenzen und Statements ausgeben, die schlussendlich nicht für wahrgenommen werden können, wie ich vorher auch schon entsprechend in meinen Ausführungen es darstellen konnte. Ja, das zu diesen Punkten, wie gesagt, für sich schon einmal sehr spannend. Im Wesentlichen wird es sich aber trotzdem auch bei unseren Initiativen darum drehen, hier dafür zu sorgen, dass es Maßnahmen gegen die unsere Menschen betreffende Teuerung gibt, dass die nicht nur in Richtung Wien eingefordert werden, sondern auch seitens des Landes entsprechend in Hausarbeit umgesetzt werden. Ob das IT-System funktioniert oder nicht, das kann nicht die Ausrede sein. Man hat vorher auch mit Zetteln gearbeitet, man wird auch miteinander reden können. Schlussendlich braucht es für eine Unterstützung meistens nur den Willen und die Entscheidung dazu. Und zu diesem Willen und zur Entscheidung und auch zu den Entscheidungen, die notwendig sein werden, darf ich nunmehr an Harald Rettenbein übergeben. Bitte Harald. Ja, zuerst einmal herzlichen Grüß Gott auch von meiner Seite. IT ist ein sehr wichtiges Thema, der Klubobmann hat das schon gesagt, aber für mich als Sozialsprecher gibt es in Wirklichkeit zurzeit nur ein Thema und das ist das, was uns alle betrifft. Was uns alle betrifft, das ist die Teuerung, meine Damen und Herren. Ich glaube, keiner von Ihnen ist davor gefeilt, niemand von uns ist davor gefeilt, dieser Teuerung täglich ausgesetzt zu sein. Und ich habe das am Samstag einkaufen, man sieht das ja direkt in den Kaufhäusern, wenn man einmal beim Eingang schaut, wenn da zehn Personen herauskommen, haben acht den Kasabon in der Hand und schauen drauf, wie ist denn das möglich, was ich gerade gezahlt habe. Es ist so. Jetzt betrifft es aber den einen und den anderen, den einen mehr, den anderen weniger. Früher hat man gesagt, es betrifft eigentlich nur die diejenigen, die ganz minimales Einkommen haben, das sind diejenigen, die beim Sommermarkt einkaufsberechtigt sind oder bei den Sozialmärkten, wobei sich dort die Zahl jetzt ja auch erhöht hat, massiv erhöht hat. Nein, wir sind mitten in der Gesellschaft eingekommen, in der Mittelschicht sind wir angekommen. Es betrifft in Wirklichkeit jeden. Und wenn man jetzt weiß, dass jetzt die ganzen Nachzahlungen für die Stromkosten kommen, dann weiß jeder, wenn er 200, 250, 300 Euro plötzlich Nachzahlungen bekommt und damit ja gleichzeitig schon wieder hochgerechnet, was er in Zukunft jedes Monat zu zahlen hat, dann brauchen die Leute jetzt das Geld. Und wenn man sich auf den Bund verlässt, meine Damen und Herren, dann ist man verlassen, das wissen wir, wenn man allein den Energiekostenzuschuss des Bundes hernimmt mit 150 Euro, der jetzt im nächsten Jahr, bei der nächsten Jahresabrechnung zur Geltung kommt, dann ist das in Wirklichkeit eine Fast, das ist eine Verhöhnung der Bevölkerung, die das Geld jetzt braucht, meine Damen und Herren. Genauso ist es beim Benzin. Sie alle, die Sie regelmäßig zur Tankstelle fahren, wissen, dass jetzt plötzlich viel mehr hineinrinnt in den Tank und zwar nicht Benzin, sondern Geld, das hineinrinnt. Und man ist schon geneigt zu sagen, ja, für mich macht es nichts, weil die Tanke immer da um 50 Euro. Aber Fakt ist tatsächlich, dass es dort massive Erhöhungen gibt und allein jetzt am Pfingstwochenende hat man gesehen, wie hier von den Konzernen mit den Preisen gespielt wird in Wirklichkeit. Wenn am einen Tag zwischen 1,09 Euro der Superbenzin mit 1,90 Euro und dann ist er auf 2,05 Euro rum und dann ist er wieder auf 1,90 Euro und innerhalb von einem Tag, dann weiß man, dass das nichts mit den Öllieferungen oder Benzillieferungen zu tun hat, sondern ganz allein in Wirklichkeitsspekulation ist. Und jetzt zurück zu unserem Antrag, den wir jetzt einbringen. Das ist ein Entlastungsantrag im Bereich der Teuerung. Er beinhaltet drei Punkte. Der erste Punkt ist ein eigener Energiekostenzuschuss des Landes Kärntens für die Kärntner Bevölkerung, zumindest in einem Ausmaß so hoch, wie es auch der Heizkostenzuschiss ist. Das sind zur Zeit 210 Euro und das soll sofort ausbezahlt werden. Nicht so wie beim Bund erst im nächsten Jahr, sondern sofort. Die Daten hat man. Jeder, der Heizkostenzuschussbezieher ist, dessen Daten liegen auf. Der ist geprüft worden. Den könnte man uns unbürokratisch einfach zusenden, meine Damen und Herren. Der zweite Punkt, wie gesagt, der Benzin, das Öffnen der Landestankstellen. Ich glaube eine Forderung, die wir schon seit Jahren erheben, weil wir gewusst haben, dass es einfach notwendig ist, ganz besonders für die Pendler, die zum Beispiel von mir aus dem Lavantal nach Klarenvor pendeln, wenn sie hier oben zum Beispiel der Landestankstelle tanken können und sich das, was jetzt an Preiserhöhung gekommen ist, zumindest wieder zurückholen können. Und der dritte Punkt ist ein Punkt, der für mich ganz besonders wichtig ist. Das ist der Bereich der mobilen Pflege. Wir haben jetzt, ich glaube vier, fünf Jahre lang haben wir sechs, sieben Anträge eingebracht, um sozusagen den Selbstkostenbeitrag für die mobile Pflege zu senken. Wurde immer wieder abgelehnt. Im Ausschuss abgelehnt, im Landtag abgelehnt und zum Teil von den selben Personen abgelehnt, die sich jetzt bei einer Pressekonferenz neben die Frau Breitner hingestellt haben und jetzt die große Verkündigung gemacht haben, dass diese Beiträge um 30 Prozent gesenkt werden. Super, klasse, endlich ist es soweit. Aber es gilt erst ab 1. Dezember, meine Damen und Herren, ab 1. Dezember, also wenn das kein wahltaktisches Manöver ist, was denn sonst? Die Teuerung ist jetzt da. Gerade in der Pflege brauchen die Menschen dieses Geld wie ein Stück von Brot. Da können wir nicht sagen, das machen wir erst mit 1. Dezember und es gibt auch keine Ausfälle dafür. Wenn man hergeht und schaut, die Daten sind alle vorhanden. Man braucht hier nichts neu erfinden. Die Daten, wer mobile Pflege in Anspruch nimmt, sind hier. Die Frau Breitner könnte das mit 1. Juli einführen. Sie tut das nicht. Sie macht das nicht. Also so gesagt, von sozialer Kälte zu sprechen, ist hier mehr als angebracht. Denn auf der anderen Seite immer zu sagen, wir wollen genau denen helfen, die es am dringendsten brauchen, die Leute, die zu Hause gepflegt werden und mobile Dienste in Anspruch nehmen. Da sind in Kärnten immerhin 29.000 Personen. Wir haben 35.000 Personen in Kärnten, die Pflegegeldbezieher sind. 6.000 davon werden sehr teuer, aber auch sehr gut in Pflegeheimen betreut. Aber 29.000 Personen werden zu Hause gepflegt. Das heißt, hier treffe ich genau die richtigen Personen mit dieser Senkung und das ist unserer Meinung nach sofort umzusetzen. Daher auch diese Forderung in unserem Dringlichkeitsantrag, dass wir hier das vorziehen und zwar zumindest auf den 1. Juli, dass wir das sofort in Angriff nehmen. Genauso eben wie diesen Heizkostenzuschuss vom Land. Zu finanzieren ist das Ganze auch relativ einfach. Sie alle wissen, jetzt kommt immer die Frage, womit wollen wir das bezahlen. Die erhöhten Dividenden der Kellag, über das haben wir schon mehrmals gesprochen, dass zwar uns immer in Abrede gestellt worden ist im Landtag, dass das gar nicht geht. Inzwischen geht es ja, wie wir gehört haben von Herrn Landeshauptmann und von der Frau Finanzreferentin. Aber natürlich auch die über 100 Millionen, die wir aus dem Erlös der Hypo kommen, sollen für soziale Zwecke genau für diese Dinge verwendet werden. Und wie gesagt, ich habe es schon am Anfang gesagt, auf die Bundesregierung kann man sich in diesem Bereich nicht verlassen. Denn was hört man denn von der Bundesregierung, außer dass es eine Teuerungshysterie ist oder dass man nicht jeden Tag, das muss nicht jeden Tag ein Schnitzelherden sein. Und so ganz, das hört man aus der Bundesregierung. Das ist etwas, was meiner Meinung nach schon eher eine Verarschung der Bevölkerung ist. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber so ist es. Und wir wollen, dass wir zumindest in Kärnten das macht, was die Bundesregierung verabsäumt und zwar sofort hilft. Am besten morgen und nicht erst im Dezember. Daher werden wir diesen Dringlichkeitsantrag einbringen und ich hoffe, dass auch die anderen Parteien diesen Dringlichkeitsantrag die Zustimmung erteilen. Danke, Herr Harald, für diese sehr wichtigen Ausführungen. Das sind unsere Initiativen, die wir schwerpunktmäßig in der Kärnten Landtagssitzung setzen werden. Wie es rechtlich auch vorgegeben ist, da wird morgen in der Früh der Herr Landeshauptmann entsprechend unsere Dringlichkeitsanfrage übermittelt bekommen, damit er sich auch zeitgerecht auf die Beantwortung, hoffentlich auch im Sinne der Bevölkerung vorbereiten wird können. Und wir haben die Anträge gerade in Erarbeitung. Das heißt, wir werden sie Ihnen auch erst zukommen lassen, wie der Medienvertreter, damit Sie auch dann inhaltlich die Ausführungen textlich sehen können, was es im Detail heißt, diese Forderungen von unserer Seite zu erheben. Nunmehr stehen wir natürlich gerne für Anfragen oder Nachfragen zur Verfügung. Was die LV-Teilung betrifft, habe ich die Überlegung, gute LV-Leute, wenn man wächst mit einem Mann, und wenn jemand ein guter LV-Mensch ist, dann geht er nicht zum Land, sondern wohin, wo er mehr verdient. Wie hat sich das vorgestellt, dass man die LV-Teilung des Landes mehr besetzt, so wie gefordert, oder mit mehr Personalbeschrift? Naja, eins ist einmal klar, die Analyse ist richtig. Das heißt, gute IT-Experten in diesem Bereich, die können in der Privatwirtschaft sehr viel Geld verdienen. Es ist ja spannend genug, dass man jetzt einen Externen geholt hat nach zwei Wochen Wartezeit. Anscheinend ist das dann sehr wohl möglich, wenn einmal eine Baustelle da ist, dass man dann auch auf Externe zugreift. Fakt ist aber, dass wohl das Besoldungsrecht, die Besoldungsvorgaben des Landes Kärnten zu hinterfragen sein werden, in Fachbereichen, wo man natürlich Spezialisten wird engagieren müssen. Das heißt, es wird nicht gehen, dass dort über einen Kamm geschoren wird, und man glaubt dann, die Spezialisten zu bekommen. Im Wissen, dass die IT-Abteilung natürlich auch den Ruf hat, logischerweise kein Geld zu bringen. Für was ist sie da? In Wahrheit ist sie da, damit alles funktioniert. Das ist immer ein Bereich, ein Kostenfaktor, der kein geringer ist, aber der wesentlich ist in der Struktur, damit der Rest funktioniert. Und auch dieses Geld wird man zu setzen haben. Wir sind auch hier gerne für Gespräche bereit, sollten die Regierungsfraktionen auch auf uns zukommen. Brauchen sie in Wahrheit nicht, können sie es auch selber machen. Aber wenn sie es tun wollen und auch diese Erkenntnis haben, dass du gute Leute am Markt nur entsprechend einkaufen kannst und zukaufen kannst, dann werden sie das auch hoffentlich in Zukunft tun. Und auch jene, die bis dato dort sind, auch entsprechend entlohnen. Fakt ist aber, wie gesagt, und da komme ich wieder zum Anfang zurück, es war chronisch unterbesetzt. Wir haben im letzten Jahr im Herbst eine entsprechende Reform auch im Bereich des Gehaltsschemas des Landes Kärnten gehabt. Dort ist schon einiges verbessert worden, auch was die Einstiegsgehälter betrifft, auch wenn es danach eine Abflachung gibt. Aber im Spezialbereich, wo du natürlich Spezialisten brauchst, wird das Land Kärnten wohl in einen Wettbewerb treten müssen, auch mit der Privatwirtschaft. Und in den Wettbewerb kannst du nur treten, wenn du noch entsprechend entlohnst. Also das heißt Sonderverträge für einen Wettbewerb? In dem Bereich wirst du, wenn du es nicht gesetzlich regelst, mit Sonderverträgen vermutlich arbeiten müssen. Ihr habt eine Frage, die es dazu gesagt passt. Heute wird entschieden über den freiwilligen Bundespräsidentenkandidaten. Ist die KMDF-Böder eingebunden? Und wenn ja, wenn jetzt... Ich freue mich also. Unsere Vertreter werden anwesend sein bei der Diskussion und bei der Willensbildung rund um unseren Kandidaten. Das heißt, wir sind hier eingebunden. Entschuldigung, was ist das für Kremium? Der Bundes... Der Bundesparteivorstand. Der Bundesparteivorstand. Ja. Und die Kandidatin, die da durch die Medien geistert, würde euren Wünschen entsprechen? Es würden mehrere Namen meinen Wünschen entsprechen, weil ich die Persönlichkeiten kenne. Ja. Und sowohl Kollegin Fürst, auch als andere, die wir es ja angesprochen haben vermutlich. Ja. Ja. Sind Korrifäen in ihrem Bereich. Das heißt, wir haben einige Persönlichkeiten, die nicht nur im Stande dazu wären, ein Bundespräsidentschaftskandidat zu sein, sondern die auch die charakterliche Eignung und auch die Zielstrebigkeit hätten, dieses Amt entsprechend auszufüllen, was man vom jetzigen Bundespräsident unserer Seite her nicht entsprechend festmachen kann. Wie viel Sinn hat es denn, eine Kandidatin aufzustellen, von der man von Form ein weiß, dass sie chancenlos ist gegen den amtierenden Präsidenten? Das haben wir beim Kollegen Norbert Hofer auch gehört am Anfang. So chancenlos war er wohl nicht. Ja. Also, wir haben sicherlich hier eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung in Österreich klar zu machen, dass Van der Bellen nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und dazu braucht man natürlich eine Alternative, weil sonst ist es ja auch keine Wahl. Das stimmt, ja. Weil die anderen, die wir Kandidaten haben, werden erst investieren ja nicht. Ja. Jeder für sich. Das ist deren Recht zu kandidieren. Aber die anderen möchte ich auch gar nicht bewerten, sondern uns geht es darum, auch einen entsprechend klaren Kandidaten aufzustellen, der für die Bevölkerung und an der Seite der Bevölkerung sein Amt ausfüllen will. Sie fordern vom Landeshauptmann Aufklärung, was den Hackerangriff betrifft. Man hat ja eher das Gefühl gehabt in den letzten Tagen, dass die Landesregierung selber da überhaupt nicht weiß, was überhaupt der Stand der Dinge ist. Jetzt abgesehen davon, das zu sagen, was man weiß, was wäre denn für Sie die Lösung, wenn jetzt wirklich Daten geleakt worden sind. Es ist ja immer wieder diese Lösegeldforderung. Wie ist denn für Sie der Ansatz, das Ganze in den Griff zu bekommen, in der Misere, in der man hinsteckt? Ja, an sich kommt man zu einer Problemlösung nur durch eine Problemanalyse. Man muss es einmal festmachen. Und wenn es tatsächlich so ist, und ich habe auch das Gefühl, dass die linke Hand einer Landesregierung nicht weiß, was die Rechte tut und welche Informationen überhaupt da sind, weil sie von unterschiedlicher Seite unterschiedlich gefüttert werden, dann gilt es hier, einen Lead zu übernehmen. Als Landeshauptmann nicht nur der höchste Repräsentant des Landes zu sein, sondern als zuständiger Referent hier auch auf dem Tisch zu sein und zu sagen, was sind die Fakten? Erst dann können wir eine Problemlösung gehen. Und das sehe ich beim Herrn Landeshauptmann Peter Kaiser bei aller persönlicher Wertschätzung zurzeit nicht, dass er dazu in Stande ist oder willens ist, hier auch klar Vorgaben zu machen, damit es hier eh erst zu einem Stopp des, wenn man so will, rechtswidrigen Umgangs mit hochheiklen Persönlichkeitsdaten und Firmentaten von Kärntnerinnen und Kärntner kommt, auch mit anderen, wie gesagt, Gesundheitsdaten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gilt es aber, und ich hoffe, die Entscheidungen sind schon getroffen worden, endlich unser IT-System im Land Kärnten derart aufzustellen, damit nicht alles, wenn man so will, im gleichen Topf hineingeworfen ist. Jeder einzelne Computeranschluss im gleichen Sicherheitstopf drinnen ist, sondern laut den uns zur Verfügung stehenden Sicherheitsexperten in diesem Bereich, und da haben wir uns jetzt mit einigen auseinandergesetzt, ist es Stand der Technik beispielsweise, um das nochmal zu sagen, jede Abteilung in der Landesregierung für sich als Sicherheitsareal aufzubauen. Damit sollte ein Teil infiziert werden oder durch irgendeinen Heckangriff betroffen sein, manipuliert werden, die anderen noch immer einen Schutz haben. Und Kärnten ist anscheinend, wenn zwei so aufgestellt, dass alles in einem zusammengewurschtet wurde und wenn einer betroffen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass natürlich das Ansteckungsgeschehen bei den Computern quer durch das ganze Landessystem und durch die Landestruktur geht, mit allen Auswüchsen, die es haben kann. Und dazu werden wir, wie gesagt, einige sehr, glaube ich, gewichtige Fragen auch an einen Herrn Landeshauptmann stellen, die mich zum jetzigen Zeitpunkt hier jetzt noch nicht erörtern kann. Wir werden das jetzt heute noch genau ausformulieren, aber es sind einige Punkte dabei, die hoch heikel auch für das Land Kärnten für unsere Bürger sind. Und da wird es zumindest eine Antwort geben müssen, ist das betroffen ja oder nein. Und diese Themen sind bis jetzt noch nicht besprochen worden, auch vom Landeshauptmann oder von seinen Experten noch nicht angesprochen worden oder von seinem Pressesprecher nicht angesprochen worden. Das mag einen Grund haben, dass man darüber nicht sprechen will, weil es unangenehm ist, das zuzugeben. Andererseits, wenn man das nicht klar sagt, können andere Bereiche auch nicht für ihre eigene Sicherheit sorgen. Und diese Klarheit der Worte erwarte ich mir vom zuständigen Referenten. Wie gesagt, wenn man das Problem nicht fertig analysiert und dazu nicht in Stande ist, ist eine Problemlösung eh noch sehr fern. Und das in der heutigen Zeit ist natürlich zum Haare raufen und himmelschreiend, was da an sich passiert ist, wenn sich sogar, wie gesagt, ich wiederhole mich, eine HTL gegen den gleichen Hacker hat verteidigen können. Ich möchte jetzt nicht diskreditieren, die HTL, die sind halt umsonstlich in der höheren Technischen Lehranstalt, aber in diesem Bereich, in diesem Bereich, das Know-how zu haben, sich selber in der Schule zu schützen und das Landshärten schafft es nicht, ist ja, ja, spricht für sich, muss ich nicht weiter ausführen. Frau Frager, sind die Landeslangstellen so weit in Ordnung, dass man sie oben öffnen könnte? Und wenn, wieviel könnte man sich denn dort ersparen? Naja, es sind, danke für die Nachfrage, es ist so, dass natürlich die Tankstellen, ganz besonders in den Landeshauptstädten, also in Villach, in Villach, in den Bezirkshauptstädten, in Klagenfurt, in Wolfsberg zum Beispiel, würde das sofort funktionieren. Und die Einsparung ist natürlich, schwankt natürlich auch, aber hat natürlich, etwas mit dem Einkauf zu tun. Und so wie ich früher gesagt habe, bei den Tankstellen, die haben ja auch 14 Tage, drei Wochen vor Pfingsten, zu einem gewissen Preis eingekauft und trotzdem haben sie dann zu Pfingsten gespielt. Und dann haben sie gesagt, jetzt sind die Leute viel unterwegs, jetzt gehen wir hoch, so am Samstag, wenn sie wegfahren, haben wir über 2 Euro, am Sonntag gehen wir wieder hoch, weil wir sind nicht mehr so viel unterwegs. Das passiert bei den Landeshankstellen nicht. Das heißt, dort ist das, der Preis, der eingekauft wird, wird eins zu eins an die Bevölkerung weitergeben, bis der Tank im Leer ist und wieder neu eingekauft werden muss. Das schwankt dort natürlich genauso. Aber jeder Cent, jeder 10 Cent, 20 Cent, 30 Cent sind für einen Pendler heutzutage wichtig. Aber wie hoch könnte denn die Differenz sein, auch für bisherige Erfahrungen? Also, ich habe jetzt gerade mit einem Pendler gesprochen, der früher immer bei den Landeshankstellen gegangen ist. Es war damals immer ein Unterschied zwischen 30 und 50 Cent. Und da kann man sich natürlich schon etwas ersparen und das sage ich gerade jetzt in der Zeit, wo nicht nur der Benzinteuer wird. Man redet immer nur einzeln von diesem Segment des Benzins. Aber wenn ich schon zumindest dort die Teuerung nicht mitmachen muss, ich muss eh auf anderen Bereichen mitmachen. Ich muss eh beim Strom und bei den Lebensmitteln überall mitmachen. Bei den Lebensmitteln können wir als Landkern relativ wenig tun. Wir können nichts einreifen, aber wir können im Bereich der Energie, im Bereich des Benzins, da können wir etwas machen und das sollten wir auch tun. Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen dazu. Auch wenn es damals so ein massiver Preisunterschied war, sollen es jetzt 5 Cent sein pro Liter. Fakt ist, dass du mit dem Ergebnis, dass der Tank einmal günstiger ist, bei jedem Mal tanken, auch einen gewissen Effekt bei den umliegenden Tankstellen zustande bringst, dass die nicht genau diese Spielereien mit ihren Spritpreisen machen werden, sondern eher dazu angehalten sind, sich an der Landestankstelle zu orientieren. Das heißt, du hast dort schon einen Leereffekt auch für die anderen, weil sie sonst ja ihres eigenen Geldes Feindes wären, weil sie dann alle selber zur Landestankstelle treiben. Die Döller, die Döller, die Döller, die Döller, die Döller, die Döller, die Döller oder so in der Fakt des Weltkrasse. Genau. Und woanders waren. Ja, ich sehe, wir müssen ja noch nachziehen. Genau, wir müssen ja noch nachziehen. Ich wollte jetzt noch etwas nachfragen, ich glaube, das ist unterbrochen. Nein. Also. Ist es so, dass die Landessfahrzeuge jetzt schon tanken bei den Tankstellen, oder sind die jetzt überhaupt zugestimmt? Nein, nein, die sind offen, die sind offen. Viele, viele, die Freude, also die Lande, die haben wir ja, in die Wirtschaftshöfe sind ja überall Tankstellen, die Fahrzeuge der Stadt, des Stadts und des Landes werden ja nicht bedankt. Also, das ist auch noch nicht ein Dienstloch, ob wir sich auf ein solcher Chauffeur-Tankstelle nehmen wir mal an, dass sie auf die Landestankstellen hinfahren, ja. Ja, ja. Und es sollten ja wissen, ob sie jetzt in der Großen sind oder ob sie nach wie vor in der Betrieb sind. Das ist ja nach wie vor ein Betrieb. Sie müssen ja im Betrieb sein. Ja. Wenn ich bei mir unten in Wolfsberg die Stelle der Straßenverwaltung habe, die Straßenfahrzeuge der Verwaltung, genau, die werden alle bedankt dort, ne. Und darum geht es ja, dass dort auch die normale Bevölkerung hinfahren kann und um den… Also die hätten auch Benzin noch in den Tankstellen? Ja, selbstverständlich. Nein, 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 das ist nicht voll, das ist keine Frage. Ja, weiter? Ich frage noch eine Verständnisfrage. Welche Anträge gehören jetzt in dieses Paket hinein? Der Teuerung. Also wir haben im Bereich der Teuerung sind drei Punkte drin. Ja. Das ist dieser Energiekostenzuschuss mit zwei… Ah, das sind die drei Nötige Anträge. Genau. Der zweite ist die Öffnung der Tankstellen. Ja. Und der dritte Punkt ist das Vorziehen, das ist die Senkung des Selbstbehaltes für die mobilen Pflege. Das ist ein Paket. Das ist ein Dringlichkeitsantrag. Der zweite ist dann die Resolution an die Bundesregierung, die CO2-Strafsteuer abzuschaffen. Ja, das ist der zweite Punkt. Und der uns möglich ist, wir können da zwei Dringlichkeitsanträge einbringen. Ja. Und dann haben wir noch eine Dringlichkeitsanfrage, die wir einbringen dürfen. Und das ist die eine Landeshauptmann wegen der Krankheit. Bei CO2 sind die ÖVP wohl mit Arbeitsbeauftragung, aber da haben wir eine Verschiebung einfach da. Was für sich spannend genug ist, weil die ÖVP jetzt angekündigt hat, das in der Landtagssitzung zur Beantragung, was die Bundesregierung bereits zugesagt hat, das hat sie bereits einmal vor einem Monat gemacht, oder vor zwei Monaten mit dem GTI-Treffen. Das ist davor im Nationalrat, in der Vorwoche jeder Beschluss gefasst worden dazu und in einer Woche darauf haben sie da einen Showantrag eingebracht. Ja, mag sein. Ich denke mir meinen Teil dazu. Wir haben uns die Zeit auch nicht gestohlen. Das heißt, in dem Bereich sollte man vernünftige Sachen miteinander debattieren und auch beschließen. Wir haben nochmals gesagt, den Showantrag könnt ihr in einem eigenen Klub irgendwo verkaufen. Aber lasst es bitte der Öffentlichkeit damit in Frieden, das jetzt im Nachhinein noch einmal zu verkaufen, was davor schon beschlossen worden ist. Und jetzt, dass genau jene ÖVP, die gegen alle unsere Warnungen, dass das passieren wird mit höherer Spitpreis, höherer Gaspreis, Ölpreis, die Wirtschaft leidet, die Industrie leidet, wir ein Problem mit der Arbeitslosigkeit dazu bekommen können, wenn dort nicht mehr entsprechend produziert werden kann, weil einfach die Kosten explodieren. Trotz dieser Warnungen hat die ÖVP genau jene, die jetzt verschirben will, das beschlossen. Und jetzt verschirbt sie es zu einem Zeitpunkt hin, wo die Auswirkungen ja nicht geringer werden, sondern dann gerade in der Heizperiode dann noch massiver werden. Das heißt, man fragt sich recht, wo der Hausverstand geblieben ist bei dieser ÖVP. Eine ÖVP ist ja nicht mehr zu finden. Ja, er wird doch beim Piller sein. Werbung ohne Mikro. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke für das Interesse, wünsche noch eine erfolgreiche Arbeitshoche. Alles Gute. Dankeschön. Danke schön.